Wir schreiben das Jahr 1980 und ein französischer Hersteller zeigt auf einer Automesse ein Fahrzeug, ein Sondermodell von einem Fahrzeug, das heutzutage Kultstatus hat und das damals so beliebt war, dass es ein Jahr später vom Sondermodell in die Serienproduktion gewechselt hat. Das Sondermodell ist sofort durch seine Zweifarbigkeit zu erkennen und ich glaube, Zitrön-Fans wissen nun schon, um was es geht und zwar um den Zitrön 2CV in der Charleston-Version. Wir haben das kleine Set von Kobi mit 85 Teilen, die Set Nr. 24512, offiziell lizenziert von Zitrön 1 zu 35 hat das Ganze und stammt aus der Young Timer Collection. Also das hat auf jeden Fall Potenzial, ein kleines süßes Set für zwischendurch zu werden, was auch durchaus in meinem Regal landen könnte. Es ist auf jeden Fall wieder Pad Printed, das ist ja bei Kobi ganz wichtig. Es ist 11 cm lang und um die 5 cm breit, 4,5 cm geht es ungefähr in die Höhe. Auf der Rückseite sehen wir es nochmal von hinten und wir sehen auch, dass wir Glow-in-the-Dark-Steine dabei haben, also sind hier die charakteristischen runden Scheinwerfer vorn auch noch so, dass sie im Dunkeln leuchten. Ich würde aber sagen, weil die Verpackung nicht allzu interessant ist, mache ich das Ganze mal auf und wir schauen uns zusammen die Teidetüten und die Anleitung an. Und hier haben wir auch schon die Teidetüten. Es sind natürlich nicht gerade viele Teile, aber die Packung war gut gefüllt. Es ist ja auch eine kleine Packung. Über die Steinequalität reden wir wie immer, wenn es soweit ist. Aber man sieht hier schon den ersten schönen Print, also da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und dann haben wir natürlich noch die Anleitung. Die ist ein wenig geknickt, weil sie in die Packung gar nicht anders reinpasst. Wenn die Steinetüten mit drin sind, naja, ich denke damit kann man leben. Ansonsten haben wir eine gute Papierqualität. Sie ist klammergebunden und wie wir das von Kobi gewöhnt sind, ist alles ausgegraut. Was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird, wird in Vollfarbe dargestellt. Und insgesamt haben wir 25 Bauschritte und hier nochmal die Teilliste für die Leute, die das interessiert. Die können das Video wie immer gerne kurz anhalten. Und auf der Rückseite sehen wir nochmal die anderen Vertreter der Reihe. Einmal ein Abarth, ein Barkas und die zwei verschiedenen Enden. Und zwar die Zitrönen 2CV Typ A in Silber und die Zitrönen 2CV Typ AZ in Blau. Wir befassen uns aber natürlich heute erstmal mit dieser schönen Zitrönen 2CV Charleston Version. Und dementsprechend fange ich jetzt auch an zu bauen. Wir sehen uns gleich, außer es gibt was ganz Wichtiges während des Baus zu sehen mit dem fertigen Fahrzeug wieder. Und dann gibt es wie immer eine Kaufempfehlung oder eben nicht Kaufempfehlung. Ihr kennt das Ganze. Und damit ist auch schon fertig der Zitrönen 2CV Charleston. Und ich muss sagen, das ist glaube ich das kleinste Kobi Set, was ich jemals in der Hand hatte. Das ist wirklich, wirklich winzig geworden. Aber es gibt ja das Sprichwort klein, aber fein. Und genau da sind wir auch gelandet. Wir brauchen glaube ich nicht drüber reden. Die Steinequalität von Kobi ist richtig, richtig gut. Wir haben natürlich nur 85 Teile dabei und keine großen oder sehr aufwendigen Teile oder Bautechniken. Aber das ist wirklich von der Qualität her top. Aussehensmäßig gibt es ein paar kleine Stellen, wo eben die Angusspunkte ein bisschen sehr offensichtlich sind, wie wir das von Kobi kennen. Aber das ist alles im Rahmen. Wie gesagt, wir kennen das Ganze ja von Kobi. Natürlich haben wir hier auch wieder einige Formteile. Sonst wäre es in so einem kleinen Set ja auch gar nicht möglich, dass es am Ende so gut aussieht. Gerade die Radkästen und die Front sind Formteile. Und natürlich wird hier viel über Prints gearbeitet, damit es am Ende gut aussieht. Und Stichwort Prints. Wir haben hier so viele Prints. Es ist Wahnsinn, wie viele Prints in diesem kleinen Set sind. Das unspektakulärste. Wir haben wieder diese kleine Plakette. Die ist schön bedruckt. Aber das ist wie gesagt erst mal das unspektakulärste. Was hier natürlich an Prints richtig hübsch ist, ist die Front. Die ist sehr schön bedruckt. Auch die Seitenteile hier sind schön bedruckt. Und das Heck ist nochmal besonders interessant. Denn das Heck kommt einfach komplett zusammengebaut. Und nur so sind solche tollen Übergänge zwischen den verschiedenen Teilen bei einem Print möglich. Das sieht richtig, richtig gut aus. Auch Rollen tut das Autorchen gut. Aber ich denke, das wird meistens im Regal landen und eher weniger zum Spielen genutzt werden. Trotzdem, das wäre zumindest so ein kleines Spielfeature, was man hat. Sonst hat das Auto kein anderes Spielfeature. Also es ist weder Minifigurenmaßstab, noch kann man hier Türen öffnen oder Motorhauben oder ähnliches. Das geht in der Größenordnung gar nicht. Der einzige kleine Kritikpunkt von mir ist, einmal hier der Übergang zwischen den zwei beprinteten Scheiben. Der ist auf der anderen Seite besser gelungen. Und der Übergang zwischen den Scheiben und den Steinen fällt doch sehr auf. Denn die beprinteten Scheiben haben einen etwas anderen Farbton als die Steine. Das ist in Ordnung. Es hält sich in Grenzen. Das ist jetzt nicht extrem. Aber das hätte noch ein bisschen besser sein können. Es ist natürlich nur ein kleines Set für zwischendurch gewesen. Dementsprechend auch ein sehr kurzes Video. Ich hatte aber auf jeden Fall viel Spaß damit. Wer viel mit Steinen bauen möchte, ist hier eher an der falschen Stelle. Wer auch mal weniger Steine haben möchte und dafür aber sehr detailreich, weil eben noch ein paar Formteile dabei sind, der ist bei so einem Set hier gut aufgehoben von Kobi. Das geht manchmal eher ein wenig Richtung Modellbar. Ich finde das Ganze auf jeden Fall putzig. Es ist natürlich kein Schnäppchen. Aber trotzdem gibt es dafür von mir eine Kaufempfehlung. Wenn ihr dieses Set selber besitzt, dann schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Das würde mich wie immer sehr interessieren. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Euer Valleybrick. Euer Valleybrick. Bis zum nächsten Mal.